Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute fahren wir den ERE1 30089 von Nürnberg Hauptbahnhof bis Dresdenberg Hauptbahnhof mit der Baureil 612 DB Pride Liberty. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR